Ein wunderschönen guten Tag, Freunde. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. Ihr werdet es in der Videobeschreibung gesehen haben, es geht um das Thema Schutzausrüstung. Im Airsoft, ja, da kann man sich auch schon mal verletzen. Um da vorzubeugen, gibt es natürlich auch diverse Schutzausrüstung. Am Ende des Tages kann das natürlich nicht alles verhindern. Also man kann sich immer noch verletzen, aber man kann das Risiko halt minimieren. Nachfolgen zeige ich euch Schutzausrüstung für den Gesicht. Also ihr könnt natürlich Hände, Knie, Füße, alles mögliche schützen. In diesem Video konzentrieren wir uns aber heute nur auf den Kopf bzw. das Gesicht. Am Ende des Videos zeige ich euch quasi das, wofür ich mich so entscheide, mit was ich aktuell spiele, wie ich mein Gesicht schütze. Weil die Leute ein bisschen ein Ende haben. Hab ich bei anderen YouTubern gesehen. Bei richtigen. So, beginnen wir mit dem WarQ-Helm. Ich spreche jetzt mal, bevor ich den Helm aufsetze, weil ihr mich wahrscheinlich danach nicht mehr so versteht. Im Endeffekt, dieser Helm bietet halt einen Rundum-Schutz. Also ich habe persönlich nichts, was den Kopf und das Gesicht besser schützt als dieser Helm. Je mehr Schutzausrüstung, desto unbeweglicher, meiner Meinung nach, ist er halt automatisch. Ich setze jetzt mal auf. So. Die Augen, der Mundbereich und der gesamte Kopf ist geschützt. Also ich habe damit schon mal gespielt, aber ich muss sagen, am Ende des Tages bin ich da jetzt nicht so der beste Freund von. Riesenvorteil ist, ihr spielt komplett anders Airsoft. Soll heißen, wenn ihr ins Gebäude geht, mit dem Ding hat man wirklich null Angst. Also, Angst in Anführungszeichen. Ich bin so ein Typ, also wenn ich in irgendeine CQB-Aktion komme, ich sage ganz ehrlich, da geht mein Puls auch jetzt immer noch hoch. Du kannst halt auch mal eben einen reinkriegen, der richtig weh tut. Hiermit ist das komplett anders. Das Spielverhalten verändert sich dadurch aber auch. Ja, also wenn man sich hier maximal schützen möchte, wenn man gerade auch vielleicht in der Öffentlichkeit steht, wenn man, ich weiß nicht, irgendeine leitende Funktion hat in seinem Job und man darf am Wochenende sich nicht so hart daneben benehmen, dass man quasi in der Arbeitswoche aussieht, als hätte man einen Moskito-Anfall kassiert, dann ist der absolut zu empfehlen, weil damit seid ihr, ich sage mal, 100 Prozent ist man nie sicher, weil hier kann man auch noch hinten schöne Nacken kriegen und wahrscheinlich kann sie sogar, wenn es richtig dumm läuft, auch noch einen nach innen verlieren. Aber ich würde sagen, maximaler Schutz bietet der WarQ-Helm. Eine Besonderheit bei dem Helm ist, ihr habt hier auch Aufsätze wie meinem klassischen Gefechtshelm und hier auch Schienensysteme. Das macht die ganzen Sachen ein bisschen taktischer und ihr habt halt noch mehr Anwendungsbereiche. Den Helm gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das liegt so preislich zwischen 420 bis 550 Euro. In meinem Fall ist es sogar eine Sonderedition. Der Helm ist quasi ein Opechernobyl-Helm und das Layout vom Helm wurde extra für unsere Veranstaltung gemacht, deswegen der liegt wahrscheinlich sogar noch drüber. Gibt es aber so auch gar nichts mehr zu kaufen. Er ist auf jeden Fall kostspielig und für erst auch vielleicht schon ein bisschen überdimensioniert, findet aber auch Anwendungen in richtigen Trainingsbereichen. Gerade Stichwort FX und auch Nahkampftraining, da werden solche Helme auch mal eingesetzt. Und jetzt mal eine Frage, wenn man ein Paintball spielen will, kann man den dann dafür auch nutzen? Ja, ja, safe. Dann hat man ja da theoretisch gesehen auch nochmal einen doppelten Schutz. Ja, ja, das kann man machen. Also es gibt da klassische Paintball-Masten, das ist die, die ich als nächstes vorstelle und dann kann man den Helm aber 100% auch dafür einsetzen. Das nächste Ausrüstungsstück ist für mich tatsächlich unerlässlich. Ich habe früher gar nicht in Erwägung gezogen, mit einer Full-Face-Maske irgendwas im Airsoft zu machen. Nachdem ich aber mal Speedsoft, also SpeedQB, ihr kennt es vielleicht, gespielt habe, also quasi Airsoft in einer Halle, wo du auch mal ganz schnell eine richtige Salve abkriegen kannst, habe ich die hier auf jeden Fall lieben gelernt. Das ist meine i5 von Dai. Und das ist eine klassische Paintball-Maske, so wie ihr sie kennt, ja, bietet auf jeden Fall auch einen sehr, sehr hohen Schutz. Ihr habt halt vor allem Gesicht, also sprich Augen und aber auch den Mundbereich geschützt. Die ist super leicht, man ist trotzdem noch ziemlich beweglich. Es ist halt, wie gesagt, eine klassische Paintball-Maske. Sieht auch ganz cool aus, schränkt natürlich aber auch ein Stück weit ein, ja. Aber in der Halle für mich wirklich tatsächlich unverzichtbar. Und in der Airsoft-Face-Maske ist eine Full-Face-Maske auch Pflicht. Da preislich liegen die Masken unterschiedlich, also in diesem Falle ungefähr 170 Euro. Kann auch mal bis zu 200 gehen. Aber so eine Full-Face-Maske kriegt ihr auch schon unter 100 Euro. Als nächstes die klassische Gitterschutzmaske. Die werdet ihr wahrscheinlich alle kennen. Die liegt preislich auch bei unter 20, teilweise glaube ich unter 10 Euro. Hier ist euer Gesicht auch recht gut geschützt. Aber der Klassiker, man kriegt dann halt hier den Schuss ab oder auch hier gerne mal den Schuss ab. Aber was wichtig ist, die Zähne sind geschützt. Hier natürlich selbstverständlich müsst ihr noch eine Schutzbrille tragen. Ich mach die jetzt hier mal über die Mütze. Das heißt, nur die Gittermaske geht natürlich nicht. Aber so ist euer Gesicht auch ziemlich gut geschützt. Man sieht aber auch die Stellen. Ja, ja, das ist genau was ich meine. Es gibt da auch Lösungen für und glaube in meiner Erfahrung nach, die Leute kriegen genau hier hingeschossen. Das bleibt nicht aus. Im Endeffekt minimiert trotzdem die Trefferfläche, die frei ist, auf ein wirklich geringes. Es ist aber sehr starr im Gesicht. Und das muss man einfach wissen. Und ihr seht es vielleicht jetzt schon. Meine Schutzbrille, die beschlägt. Das kann mal einfach passieren. Da gibt es auch verschiedene Ansätze. Aber ich persönlich bin kein Freund von der Maske. Es geht mir auf den Keks. Die drückt auch irgendwann ziemlich hier an ein paar Stellen. Das kann man auch alles ein bisschen noch besser machen, als ich das jetzt hier eingestellt habe. Aber am Ende des Tages ist das nicht meine ideale Lösung. Ist es mit Sicherheit eine Lösung, um seine Zähne zu schützen? Absolut empfehlenswert, weil es einfach so gut wie nichts kostet im Verhältnis und trotzdem im Vergleich oder im Verhältnis einen sehr, sehr guten Schutz bietet. Man muss einfach wissen, möchte man seine Zähne schützen oder nicht. Und wenn ja, dann tragt auf jeden Fall eine Gitterschutzmaske. Hier nochmal an der Stelle der Hinweis, tragt keine Gitterschutzbrille. Das ist Bullshit. Die sind einfach nicht zu empfehlen. Selbst wenn das Mesh, also dieses Gitter, den Schuss aushält, die Kugel kann splittern und ihr wollt auch keinen Splitter von einer BB im Auge haben. Also im Mund kein Problem, aber nicht als Brille. Hier eine Lösung von der Firma Xygnus Armory. Auch, wie ich finde, sehr geil. Ich habe jetzt hier mal eine Mütze drüber gesetzt. Ihr seht, das ist ein Ballerklaver. Ja, und da ist die Gittermaske eingenäht. Und zwar auch nur hier in diesem Bereich. Das heißt, diese angesprochenen Druckstellen, die habt ihr hier nicht. Fühlt sich wirklich sehr angenehm an. Ich sehe das auch immer wieder auf Spielfeldern, dass die Leute das tragen. Also ich würde echt sagen, es ist eine sehr, 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 sehr gute Lösung. So preislich liegt hier ungefähr bei, ich glaube, 30 Euro. Und natürlich auch hier müsste wieder eine Schutzbrille tragen, selbst erklärend. Und könnte auch eine Käppi oben drüber oder jetzt halt mal so eine Mütze anziehen. Ich finde es hier ein bisschen locker. Vielleicht habt ihr, die das nutzen, eine Idee, wie man das besser tragen kann. Ich habe es jetzt überlegt, hier hinten einfach mal vielleicht so mit einem Bund noch ein Stück was zusammen zu nähen. Dass man hier quasi einfach noch so ein Band einnäht. Hier, weißt du? Dass es einfach vorne ein bisschen mehr auf Spannung geht. Ihr seht jetzt auch, hier fängt es schon ein bisschen an zu beschlagen. Aber die Nase ist nicht geschützt jetzt, ne? Ne, genau. Du kannst es auch so ziehen, aber das ist auch nicht so vorgesehen. Also so machst du das. Genau, genau. Besonderheit hier. Rudolf the Red Nose Rentier kann passieren. Oder ein paar Mitesser kassieren. Ein paar Mitesser rausgeschossen. Okay. Also für 30 Euro auch ein sehr, sehr geiles Ding. Es wird extrem warm hier drunter, ja? Das muss man schon sagen. Das heißt, gerade im Sommer werdet ihr auf jeden Fall richtig gut schwitzen, ne? Aber auch hier wirklich schon einen sehr guten Schutz bietet dieser Ballerklapper mit eingenähtem Gitterschutz von Cygnus Armory. So, mein Favorite ist die Maske von NB Tactical. Muss ich echt sagen, also man muss jetzt dazu sagen, ich spiele ganz oft auch ohne Mundschutz, ja? Das ist leichtsinnig, mache ich dennoch, weil ich ungern so super schwitze hier, ne? Und aber auch nicht so eingeschränkt sein möchte. Aber ihr riskiert halt wirklich, dass man euch einfach die Front wegballert, ne? Und das ist dann sehr, sehr unangenehm. Ist mir jetzt noch nie passiert, aber hey. Hier habt ihr so einen, ich sag mal so einen Einsatz, ne? Das heißt, die Maske, diese Gitterschutzmaske ist nicht in dieser Sturmhaube irgendwie ein dem Näht oder fest verbaut, sondern ihr könnt das hier einfach so reinschieben, ja? Die gibt es auch in zwei Ausführungen. Diese Ausführung schützt die Nase nicht. Finde ich geiler, ja? So, die Ausführung heißt Venom V3, ja? Und ist mein Favorite, ja? Mit Ballaklava, so, das heißt, diese Sturmhaube sieht auch einfach deadass aus, ja? Also, wie gesagt, mein persönlicher Favorit. Die haben jetzt ein neues Setup rausgebracht, die dritte Version. Ich hab eine hier, die ich zeig euch die mal. So, das ist die Version 3 des Ballaklava. Da könnt ihr immer noch euren eigenen, also denselben Schutzeinsatz reinmachen, so. Aber es ist ein bisschen leichter. Also, ihr seht schon, die haben jetzt hier quasi diese ganze Front, die im Mesh ist. Einmal viel, viel ausgeprägter, also größere Fläche. Dadurch elastischer und ihr könnt es hier ganz einfach umschlagen. So, das heißt, ihr kriegt da besser Luft durch und ihr könnt auch relativ einfach hier das System dann drüber machen. Ja, ihr habt halt die Maske jetzt so ins Gesicht gedrückt, ne? Aber es trägt sich tatsächlich jetzt angenehmer, als es klingt. Keine großen Druckstellen und das ist so für mich the way to go. So, so Besonderheit bei den ganzen MB Tactical Masken ist, die haben halt nicht nur diese Ballaklava, die haben auch so ein Ding, das nennt sich Neck Gator. Das ist quasi nur für Nacken und Mund. Dann habt ihr nicht die ganze Mütze auf dem Kopf. Kann ich euch auch mal zeigen? So, hier seht ihr, ist der Kopf jetzt frei, ne? Ist vielleicht dann angenehmer gerade im Sommer und ihr könnt auf jeden Fall, ich habe jetzt hier nur meine Zibile Käppi, auch noch easy eine Käppi drüber ziehen. Ja und natürlich auch bei den ganzen Modellen Schutzbrille nicht vergessen. 30 liegt die Geschichte, etwas über 50 Euro in Kombination. Also der Ballaklava glaube ich ca. 25 Euro, der Neck Gator um die 20 und die Gitter für den Mund ca. 35 Euro, ja? So, dass ihr da, ich sag mal unter 60 Euro für so eine kombinierte Lösung ausgeben werdet. Aber dann habt ihr noch ein echt cooles System. So, das waren meine verschiedenen Vorschläge, wie ihr euer Gesicht schrägstich den Kopf im Airsoft gut schützen könnt. Natürlich nicht zu vergessen, ein Helm. Gerade wenn ihr jetzt die Lösung ohne Full Face oder mit diesem WarQ Helm nehmen wollt, ihr könnt euch natürlich immer noch einen Helm aufsetzen. Das schützt gerade, klar, wenn man einen Schuss vorm Kopf kriegt. Aber was viel wichtiger ist, wenn man rennt, ins Gebäude reinwilft, durch ein Fenster klettert oder auch einfach nur einen dicken Ast mal im Weg hat, man kann sich ganz schnell die Birne stoßen und so ein Helm kann da wirklich noch sehr, sehr gut schützen. Gut, das soll es an der Stelle gewesen sein. Wir werden euch in weiteren Videos noch andere Ausrüstungsgegenstände vorstellen und zeigen, die ihr euch kaufen könnt, die ihr euch zulegen könnt, um euren Körper euch selbst für das Airsoft besser vorzubereiten und euch besser zu schützen. Also in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefa- Bro, was war das? Akinbo Motherfucker Papa! Das war's vom heutigen Video, haut rein! Ihr sollt reinhauen! Jetzt haut doch rein, Mann! Ja! 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 Ja!